Mwahahahaha! Willkommen Sterbliche zu einer weiteren Folge von Ghost Master mit Shadow. Wir begeben uns heute zum Phantom des Operationssaals. Ghost Master, es ist an der Zeit, ein anderes Bollwerk sterblicher Sicherheit zu unterminieren. Richte deine Aufmerksamkeit auf das überstrapazierte Krankenhaus von Grafen Will, in dem Seelen wieder in ihre vergänglichen Körper eingenäht werden und niemand auch nur einen Gedanken an den Wert einer solchen Geste verschwendet. Du musst nur die leitenden Experten der Heilkunst loswerden, obwohl zusätzliches Chaos natürlich jederzeit willkommen ist. Natürlich! Ja, für diese Mission brauchen wir eine gute, starke Truppe. Wir können acht Geister mitnehmen und die müssen wir auch mitnehmen. Als erstes mal Elektrogeister. Wir brauchen Hulkwash und Firetail. Die können gut Chaos verursachen. Als nächstes brauchen wir Leute, die innen verschrecken sorgen. Das wäre Boo, Buck und Kletterclaws. Jetzt brauchen wir einen, genau, der laut ist und sogar schlafende Tote aufwecken kann. Jemanden, der locken kann und jemanden, der außerhalb des Krankenhauses verschrecken sorgen kann. Dann ist unsere Truppe schon mal vollständig. Vergraule die Ärzte aus dem Krankenhaus und schicke sie schreiend in die Nacht hinaus. Wenn das alles nur so einfach wäre. Diese Mission hat echt ein hohes Depressionslevel. Die Mission ist echt übel, wenn man diesen Geist dort ganz unten haben möchte. Die zu kriegen ist, glaube ich, der schwierigste Geist im ganzen Spiel. Meine Hochzeit sollte der schönste Tag meines Lebens werden. Wäre sie auch geworden, wenn er nur gekommen wäre. War ich nicht genug für ihn? Wozu brauchte er all die anderen? Ich bin den Stimmen aus dem weißen Zimmer aus Dach der Anstalt gefolgt, um den Blitz in die Arme zu schließen. Jetzt sagen sie, untreue Männer gehören bestraft. Kann nicht aufhören, bis der Tod uns scheidet. Okay, die Stimmen sagen zu ihr, untreue Männer sollen bestraft werden. Ja, dann müssen wir einfach abwarten, bis hier einer untreu wird. Beziehungsweise mit den Damen rummacht. Naja. Als nächstes. Was hast du denn zu sagen? Danke für das Gespräch. Den bekommen wir, indem wir hier ihn mit Kakophonie wach schreien. Und dann haben wir noch hier einen. Bist du ein Ghostmaster? Ja, das bin ich. Ich konnte Geistern in Uniform noch nie widerstehen. Manchmal bin ich mit Babysitten beschäftigt. Sein Pflüschhase wurde geklaut und der kleine Racker hört einfach nicht auf zu weinen. Das ist aber schade. Wenn du uns hilfst, dann kann ich vielleicht für dich arbeiten. Ich wette, du kennst nicht viele Schwindler mit dieser Masche, oder? Nicht unbedingt, aber ja. Das Angebot ist nett. Und das wird auch unser erstes Ziel werden. Wir müssen es schaffen, dass der Junge hier... der den Hasen geklaut hat, wie man sehen kann, der muss Angst bekommen, damit er ihn loslässt. Und dann muss jemand anders ihn... Oh, was haben wir denn hier? Ah, da haben wir schon die untreue Seele. Das ist also der Doktor, der nach unten geschickt werden muss. Der da. Tja. Der hat die unten, die Bridget, also sitzen lassen vom Trauertar. Mhm. Na gut. Aber erst, bevor wir uns mit dem auseinandersetzen, beziehungsweise dem, was nötig ist, kommen wir zu ihm hier. Wie wär's, kleiner Junge? Möchtest du etwas Strom haben? Du sollst raus aus dem Klo. Ah. Vor Stromschlag hast du gar keine Angst? Mhm. Mhm. Ist auch nicht so wichtig. Du sollst jetzt erst mal... Jetzt müssen wir geduldig sein und schauen, wo er hinläuft. Ich brauche eine passende Position. Wohin läufst du jetzt? Wo er seinen Hasen loslassen kann. Ähm... Wenn wir ihm genug Angst einjagen, lässt er ihn nämlich los. Ich könnte hier für ein bisschen Feuer sorgen. Oder noch besser hier. Oh. Geht nicht. Schwarm. Wenn ich das hier einsetze. Halt! Nein! Oh! Verflucht. Ich glaube, das war zu spät. Nein? War nicht unbedingt. Weil den Brillendoktor da... Den will ich nicht an... Angst einjagen. So. Hm. Ah ja. Der Junge. Wo ist der Junge? Wo ist er denn? Hä? Hä? Hey, das ist der Doktorraum. Da hast du nichts zu suchen, kleiner Junge. Hm. Dann werde zur menschlichen Fackel. Werde zu einem von den Fantastic Four. Ja, jetzt rennst du. Renn nach oben. Oben kannst du gelöscht werden. Ja, gut so. Richtig. Nach oben. Hä? Seh nix. Flucht. Da kommt er. Mist, ich brauche doch noch Bug. Der soll es loslassen. Nein. Jetzt entkommt er, wie es ausschaut. Der lässt den Hasen nicht los. Dabei wäre es jetzt perfekt, wenn er ihn loslassen würde. Muss der Junge mit dem Hasen hin? Ach, jetzt geht er nach unten. Naja, dann wird er halt hier erschreckt. Habe ich kein Problem damit. Lass den Hasen fallen. Lass ihn fallen. Was? Dr. Brunner. Die kennen wir doch schon. Das ist die mysteriöse Person, die den Dr. Krause aus der Polizeistation befreit hat. Das ist die mysteriöse Person. Das ist die mysteriöse Person. Wie können wir... Ah. Schreckgespenst. Guck, guck. Der schaut nicht her. Ah, doch. Aber er lässt den Hasen nicht fallen. Er lässt ihn einfach nicht fallen. Hätze? Geht nicht. Ach, ich habe es nicht eingeschaltet. Was ist denn mit dem Jungen los? Du sollst den Hasen fallen lassen verflucht. Genau. Und jetzt machen wir... Nein! Jetzt war ich zu langsam auch noch. Der rennt da runter. Problem ist, dort unten können wir das nicht gebrauchen. Ne. Da unten kann der Junge... Können wir ihn einfach... Dr. Brunner, wo bist du? Okay, geht aus dem Krankenhaus raus. Woher kamen sie? Hm. Und wie geht es dem da? Oh, hallo. Gehst du etwa runter? Machst du unsere Aufgabe... sehr einfach, oder wie? Wenn er vielleicht hier reinginge... Hä? Was ist das denn? Macht er etwa hier... auf Treppenlauf... Schade. Irrsinnige Einladung. Bringt ihn nicht her. So, der Junge ist wieder hier oben. Nein, das kann ich nicht gebrauchen, dass er hier rumrennt. Er flucht und jetzt sehe ich ihn schon wieder nicht. Der ist da. Die machen sich gegenseitig Angst, oder wie? Ach so, die ist auch schon nah am Kollaps. Aber wie kriege ich den jetzt nach oben? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir können was versuchen. Wir können versuchen... ...mit der ein Geschenk zu machen. Geschenk geschafft. Und mit der... Ey, du blöde Schwester. Lass das teiligen. Ich brauche Obsession. Vielleicht spricht er darauf an. Oh ja. Hm, aber läuft falsch. Und zu langsam. Ach, wisst ihr was? Ich erschrecke ihn jetzt einfach hier. Hier wird schon irgendjemand mal vorbeilaufen. Er hat den Hallen gelassen. Ach, und jetzt haut er ab. Verflucht. Das könnte zum Problem werden. Jetzt nimmt der den Teddy... ...ääh, den Hasen auf. Vielleicht bringt er ihn ja nach oben. Ja, was machst du jetzt mit dem Hasen? Drei Ghostbreaker, die sich wahrlich vor keinem Geist ängstigen, haben sich eingefunden. Nimm dich vor diesen gefährlichen Gegnern in Acht. Gefährliche Gegner, okay. Jetzt beobachten wir erst mal, ob er den Hasen zurückbringt. Das wäre natürlich episch. Oder sollten wir gleich die Ghostbreaker angreifen? Wir müssen sie loswerden. Naja, was soll's. Starkstrom schadet nicht. Ist jetzt in die... Können wir noch einen Feuerball hinterher schicken? Oh ja, ein Ghostbreaker. Brennt jetzt. Personifizierter Terror. Ein Geschenk. Zieht keiner hin. Toll. Wie geht's eigentlich dem Doktor mit dem... Teddy... äh, mit dem Hasen. Der müsste jetzt doch mal hochkommen. Könnt ich dir wieder ins Geschenk binden? Prozessionen wirken. Bei mir. Was ist das? Hm, wo ist der jetzt? Der treibt sich immer noch dort unten rum. Schön. Hm, jetzt geht er. Hi, das nervt. Ey, jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Jetzt ist er wieder da. Jetzt läuft er mal ein bisschen woanders hin. Hm, soll ich denn Strom ausfalten? Nein. Hi, das nervt mich. Jetzt geht er wieder da runter. Geh nach oben, verflucht. Nein, falschen gehetzt. Was macht er jetzt da in der Kammer? Tja, dann machen wir mal Starkstrom hier. Ah, schaut mal, wer da alles kommt und geschockt wird. Die ist sogar ohnmächtig. So, jetzt gehen wir wieder auf den Doktor hier. Kampfgeschwader, komm, greif den Doktor an. Okay, kümmern wir uns um die Ghostbreaker. Hm, mit wem? Geht hier Durchgang? Ah, das ist ein Durchgang. Sehr gut. Kakophonie. Hm, nee. War nicht so effektiv. Elektrisch. Feuerball. Okay, der brennt und rennt schon mal ziemlich gut. Können wir den nicht einfach jetzt loswerden? Nein, hier sind zu viele. Nein, ich erwische nicht den richtigen. Das hatte ich ja, glaube ich, gerade. Aber naja, warum nicht nochmal? Hier, den da, können wir auch... Verbrennen. Kampfgeschwader. Reicht das? Ja, es reicht. Einer von... Oh, schaut euch mal hin an. Geht da schon wieder mit einer anderem. Hm. Und der hat immer noch den Hasen. Kann ich da irgendwie irgendwas irgendwo... Boah. 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 Hier, Buck. Nee, dich muss man in Sicherheit bringen, bevor die Geisterjäger hier dich finden. Hmm. Gehen wir auf den nächsten. Die sieht eigentlich... Ah, wenn sie nach oben geht, ist es gut. Oben habe ich nämlich mehr Möglichkeiten. Ah, du schaust hier. Hier gibt es Elektro. Ja. Oh. Vielleicht ist es schon wieder ein Raum. Naja. Wohin geht die andere? Komm, geh links. Ja. 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 Nochmal erwischt. Das war knapp. Aber durchaus so gefolgt. Okay, ein Patient weniger. Nicht schlecht, weil umso weniger hier rumlaufen, umso weniger leckt's. Ähm. Ah, hier unten. Oh ja, genau. Oh ja, genau. Ja, erledigt. So, jetzt nur noch einer von den Ghost Breakern. Du nämlich. Du nämlich. Mhm. Wie können wir dich jetzt erschrecken? Tja, so einfach wird das wohl nicht gehen. Ah, Kakophonie. Ah, nicht so nah an dem da. Er hat immer noch den Hasen. Warte, wo bist du? Ah, da bist du jetzt. Jetzt hat er den Hasen wieder hingelegt. Muss ich aufpassen. Ich will dir nicht verkraulen. Nein. Wobei, du könntest eher nach oben gehen, oder? Ja, sie ist eine Patientin. Das ist die Wahrscheinlichkeit höher als dieser blöde Doktor. Gucken wir mal ganz weiter um dich. Ich hasse es, wenn sie hier dauernd in den Gängen rumlaufen. Können die nicht in Räume laufen, wo viele Ketten sind. Hier ganz oben zum Beispiel. So, Hetzel und Kampfgesprache. Du machst es auch nicht mal lang. Ah, nee. Das wird mir zu riskant. Okay, der will sowieso nicht dorthin. Serienschock. Mist. Wollt er schon wieder hier. Naja. Wo? Geht er gerade runter? Ah, ja. Ah, ja. Kackophonie. Das macht ja gar nichts. Oh. Ah. Wo hat sie ihn fallen lassen? Ah, hier. Okay. Nimmt jetzt die Doktorin ihn auf. Ja, ich glaube, die ist sogar im Obergeschoss beheimatet. Aber wo ist jetzt der Ghostbreaker? Ja, du nimmst es auf. Schön, schön, schön. Da ist er. Komm, mach Schreckgespenst. Stromausfall geht. Komm, betritt den Raum. Jetzt ist er wieder rausgegangen. Und er rennt noch nicht. Aber jetzt Feuerball. Das müsste sein. Ja. Sein Exodus. So, die Ghostbreakers sind alle verschwunden. Jetzt. Da müssen wir immer noch den Hasen irgendwie raufkriegen. Wer hat jetzt nochmal den Hasen? Die eine Doktorin, oder? Was müsste die gewesen sein? Äh. Was ist sie? Okay, sie... Oh, sie läuft sogar nach oben. Das ist schon mal gut. Das ist gut. Nein! Nach oben. Ja, genau. Das ist gut. Das ist gut. Komm. Nach oben. Weiter nach oben. Ich sollte vielleicht wieder ein Geistergeschenk machen. Und die Doktorin irgendwie herlocken. Mist, sie ist nicht in der Nähe. Aber sie kommt? Trotzdem. Sehr geil. Ach, endlich jemand, der den Hasen zurückbringt. Ja, jetzt kannst du aufhören zu weinen. Da ist ja dein Hase wieder. Na, bist du denn nicht glücklich? Oh! Es gibt nichts rührenderes, als einen Jungen und seinen Hasen wieder vereinigt zu sehen. Danke, Chef. Kein Ding. Ja, mach einen Schreckgespenst noch. Warum nicht? Jetzt können wir eigentlich... Wo ist der? Ist der weit weg? Ja. Wir können uns um den Rest kümmern. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass hier alle Schwestern verschwinden. Hier sitzt zum Beispiel eine Stromausfall. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht bewirken. Ich habe einen... an einem Feuerball gedacht. Vielleicht hier? Feuerball. Sehr gut. Zwei Schwestern werden erwischt. Weil wenn... Warum will ich alle Schwestern loswerden? Der untreue Doktor. Wenn er keine Schwestern mehr hat, mit denen er rummacht, dann geht er hier runter zu dieser Doktorin. Die sitzt immer hier. Wenn kein anderes weibliches Wesen mehr hier drin ist, außer... Ja, außerfalle Patientin, geht er zu der. Und dann somit auch zur Birgit. Hm. So gut. Soweit so gut. Hier ist eine Schwester. Uh, die hat hier noch gar nichts. Dann hetzen wir die doch mal. Und setzen dann Kampfgeschwader ein. Und vielleicht kannst du auch irgendwas machen. Hm. Ach, Mist. Jetzt rennt die weg. Und das ist auch noch zu schnell. Ah, Starkstrom. Kommt wenigstens eine Schwester irgendwo? Ah, da. Und die rennt. Die ist ausgenockt. Ja, nächste Schwester weg. Wir können übrigens mal... Wir können hier mal unseren Freund aufwecken. Oh, wir können hier mal Oh, wir können hier mal unseren Freund aufwecken. Aufwachen. Ah, da. Ja, für ein Jahrhundert. Dann ist es echt mal Zeit. So, der Junge ist auch weg. Wo haben wir... Haben wir irgendwelche einfachen? Nein, sieht nicht so aus. Dann kümmere ich mich erst mal um die da. Oder? Hm. Ist es die da? Ah, die hat kaum Glauben. Schauen wir uns mal die Schwester an. Die hat hohen Glauben. Die hat auch passablen Glauben. Die hat extrem niedrigen. Niedrig? Ja. Machen wir die schwierigste zuerst. Das ist die. Mhm. Dann erwarten wir sie doch gleich mal hier unten. Hm. Mit unseren Geister. Dann können die gleich loslegen, sobald sie hier ist. Genau. Alle gleichzeitig. Das war das. Ist sie jetzt nach unten gegangen. Hm. Wo sie hin? Bei dir können wir eigentlich einstellen. Kann man da einstellen? Befehl. Die Power nicht anwenden. Okay. Das kann man mortal ärgern. Den da. Kräfte. Also, ja. Deine gegenwärtigen Stufe. Vision. Ah, das klappt nicht. Die macht auch so Vision. Dachte, so macht sie... Hm. Soll's doch bloß den da ärgern. Typ ärgern. Nein. Naja. Dann war das Müll. Schade. Ich hätte die Gans so eingestellt, dass sie nur auf den einen geht. Hm. Na gut, wo war unsere Lieblingsschwester? Genau, die da. Ein bisschen Angst hat sie ja schon. Wie sieht's mit Starkstrom aus? Das ist jetzt schlecht, dass der mit reinkommt. Naja. Kann man nix machen. ein bisschen Feuerball spielen. Boah, das war ihre Angst, oder wie? Die ist weg. Feuer war anscheinend ihre Angst. Hehehe. Hehehe. Wohin geht sie. Wohin geht sie. Ich brauch ne bessere Braufsicht anscheinend. Ja, hier. Ach, wer ist denn da? Ist hier irgendjemand? Ja, blöder Dr. Seth. Der soll da nicht rumlaufen bei den Damen. Ich will da nicht fortjagen. Hm. Ah, die eine ist ja schon weg. Achso, das war die mit dem Feuerproblem. So. Ah, die scheint auch bald das Geistliche zu segnen. Ach, ist der schon wieder in der Nähe? Ne, nicht wirklich. Haben voll die Angst ist und dann oh Gott. Stromausfall. Merkwürdiges Benehmen. Na ja, dann gehen wir halt konkret auf die auf die Blöder. Blöder. Nein. Nein. nein, 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 nein. Okay. Achso, die ist erledigt. Sehr schön. Habe ich auf die überhaupt gezielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, jetzt ist das Licht wieder an. Doktor verschwinde. Na ja, schauen wir uns die anderen erstmal an. Wo ist die? Okay. Da, da kann man hier die anketten. Aber erstmal sollte ich die etwas vorbearbeiten. genau, der Glaube muss gestärkt werden, damit der personifizierte Terror effektiver wird. Ja, das war doch nicht schlecht. Haben wir eine neue Kandidatin für das Wegrennen? Das war die da. Hat eine Kakophonie. Und sie ist weg. Jetzt können wir uns oh, die da hat viel. die Damen verschwinden so langsam. Oh, ja, sehr gut. Ne, da ist auch der Wow, den habe ich ja fast vertrieben. Ich muss aufpassen, der muss langsam wieder neue, der muss sich wieder beruhigen langsam. die hingegen kann weg. Achso, die rennt komplett weg. Ich muss die wieder regenerieren lassen. Oh, du? Ne, ist mir zu gefährlich, wenn der Doktor hier so viel Angst hat. Aber wir können die da auch verjagen. Die ist ja auch da unten. Warum treiben sich alle Weiber hier beim Doktor rum? Der ist kahlköpfig. Hallo? Hört ihr? Sirenen Alarm schon im Hintergrund. Könnten die Ghostbusters sein? Nachdem die Ghostbreaker versagt haben? Jetzt läuft er wieder zurück. Müssen die Hühner hier beim Hahn rumlaufen? Gut, sie entfernt sich von den anderen. Fatal. Der regeneriert wieder seinen Mut und währenddessen kümmere ich mich um die hier. die sch hmm Ein bisschen Angst kann ich hier machen, hier draußen. Dichter Schwarm. Hört sich doch gut an. Mist, jetzt rennt sie wieder rein. Ah, Mist, das Beben hat es wohl kaputt gemacht oder nicht? Ah, sie ist zu schnell, sie ist zu schnell, sie ist zu schnell. Sie ist zu schnell. Ah, wie geht's dem? Er hat schon die Hälfte nur noch. Langsam beruhigt er sich, wie es scheint. Oh, er geht hier nach unten. Kann ich ihn vielleicht hier reinlocken? Nein, nein! Verflucht! Ich werde die Rache sein, sagen Sie, treuloser. Ah! Du hast die Reinheit der Liebe besudelt. Brigitte, verflucht dich! Yes! Immer soll der Gestank der Untreue an dir haften. Nie wieder sollst du Trost finden in den Armen einer Frau. Yes, und weg ist er. Oh, der rennt weg, obwohl er noch nicht voll ist. Oh, ich hab's geschafft. Komm. Hör auf mit Obsession. Jetzt ist sie dran. Jetzt müssen wir... Oh, ich hab's geschafft! Yes! Was hat die für Kräfte? Stimme im Wind. Äh... Ah, okay. Geistig verwirrt. Keine Ahnung. Ach, ist der Durchgang. Mist. Dreh dich um! Ach, komm schon! Jetzt macht meine Blue Murder so ein schönes Gesicht und dann dreht sich die Tür drum. Naja, kümmern wir uns um die anderen Doktoren. Oh ja, da haben wir noch was zu tun, aber wir können ja jetzt uns austoben. Zum Beispiel mit Starkstrom. Alles auf den drauf, was geht. Oh, fast! Der ist fast schon weg. Ah, das war gut. Bloß das Flower Power war jetzt nicht geeignet, aber... Naja. Den kriegen wir schon noch. Da rennt er brennt herum. Oh, was war denn das? Ah, wir haben hier zwei Doktorinnen. Nein, hier, menschliche Fackel. Oh. Ist ja auch nichts mehr elektrisches. Flucht. Das ist der Nachteil von dem Beben. Ah, der ist jetzt weg. Ah, der ist jetzt weg. Hm, warum war ich? Ah, wobei? Ah, wo ist sie denn? Ach, da ist sie. Ach, da ist sie. Mittlerweile können wir alles einsetzen, was wir haben, weil... Ja, wir können es einfach. Aber das Beben, das interessiert anscheinend gar keinen. Hm, komisch. Oder... Ach, die müssen da draufstehen auf der... Ja, die müssen da drauf sein. Naja, noch eine Schwester weg. Oh, Doktorin weg. So, dann kümmern wir uns halt um den Chirurg mit unseren Geistern, die drinnen wirken. Der hat noch zu wenig Glaube. Wird anscheinend nicht so einfach. Windverstärkung und Leckvision. Aber das bringt alles nichts. Ähm, wo ist die? Da drüben. Nee, bleibt da mal. Hetze, sehr gut. Hä? Hä? Das hat jetzt nichts gebracht. Kampfgeschwad, aber das bringt was. Ach komm, beträgt die Blumen oder was das sind. Hm, wirkt nicht. Schade. Beben. Ja, weg geht sie. So, alle wieder einziehen. Und an den letzten. Dann haben wir endlich diese Höllenmission geschafft. Ja, halte ich nur im Durchgang hier auf. Jetzt hat er Angst vor Schall. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Ein bisschen gehetzt, ja, ja. Ein bisschen gehetzt, ja, ja. Blöde Kriegpflanzen. Wer soll was Gescheits machen? Zum Beispiel. Das Krankenhaus, babe. Woh, rettet euch. Und jetzt geht er wieder nach außen. Da können wir ihn wieder jagen. Dichter Sparren. Falle. Oh, klemmst du irgendwo fest? Ja. Willst du nicht wegrennen? Ah, er will wegrennen. Jawohl. Die hässlichste Mission des Spiels. Vermutlich. Diese Birgit. Endlich ist sie befreit. Und wir haben es geschafft. Oh, Mann. Oh, das gibt Punkte. Tja, 53 Minuten. Na gut. 25 war vorgegeben. Alter Späte. Ja, wenn man bloß auf die Doktoren gehen würde und nicht die Geister befreien, dann glaube ich, wäre es sogar auch locker möglich. Hm. Oh. Das werden wir dann beim nächsten Mal anschauen. Also bis demnächst. Ciao.